Derselbe Weg, nur leichter. So, rein da einfach. Ende. Das war nicht so gut. Gut, in dem Level würde ich sagen, war auch nichts. Auf ein Level dry. Äh, ich nehme links. Und wem besiege ich dich jetzt? Einfach einsaugen. Geil. Ach man, ich will nicht den Fisch. Ich will auch mal ein anderes Tier. Das heißt nicht, dass du mir den Fisch klauen sollst. So. Okay, ich muss mir merken, wenn ich die Fähigkeit einsetze, bleibe ich in der Luft stehen. Und das ist nicht sehr vorteilhaft. Ja, ich sag doch, ich will nicht den Fisch. Ich mag ihn nicht mehr. Der Fisch hat mich jetzt schon ein paar Mal getötet. Hm. Schau einfach durch. Dummer Fisch. Haha. Idioten. Ich wette, den brauchte ich hier irgendwo. Toll, Schirm ist auch weg. Wo, 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 Hilfe. Mann. Wo, 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 wo. Nein, da war was. Au. Das hat weh. Gut, eine mögliche Stelle, wo was sein könnte. Merken in Level 3. Und ich bin zu langsam meine Fähigkeit einsetzen. Mann, oh. Ich möchte gerne eine Maxi-Tomate haben. Oder irgendeine Heilung. Bitte. Ah, ich bin auch so ein Stachelkopf wie du. Oder das Ende, okay. Und jetzt die Maxi-Tomate. Und ein Leben sogar. Yay. Zwölf Leben wieder mal. Komm. Also hier könnte was sein. Merken. Und weitermachen. Und da brauche ich den Fisch leider. Moment, das ist verdächtig. Okay. Wäre ich mit dem Tier hingegangen, wäre es wahrscheinlich das gewesen für das Tier. Wollte ich dem Dünner noch ausweichen sollen. Und zack. Ah, geh weg. Und... Wow, läuft doch bis jetzt noch recht gut. Noch nicht getroffen worden von Gegnern. Und alle ist hier einfach mal durchge... Okay. Mit der dümmsten Fähigkeit wo gibt. Geil. Ey, ich hab's drauf. Komm, gib mir deine Stacheln. Gib die Stacheln eh jetzt wieder. Und zack. Und noch einmal. Komm. Hoppala. Und nochmal. Du bist schlecht. Sonst gib mir die Eule. Aua. Oder Riki. Stachelt hier Riki. Einfach mal rückwärts. Moment. Stacheln. Reichweil, Stacheln. Wer das doof ist, er kann jetzt nur nach hinten angreifen. Dann passiert nämlich sowas. Und sowas. Ich nehm doch mal Feuer. Moment, da will ich hoch. Und dann muss ich sogar hoch. Das ist doof. Ich habe Feuer unter Wasser, wo Strömung ist. Das ist sehr doof. Ich bin gespannt, wie lange ich das durchhalte. Kaum sage ich's. Blub, blub, blub. Ey. Okay. Okay, man hat's eigentlich sehen können, da kam keine Luft raus. Sieht irgendwie süß aus. Die Gabenster hier. Naja, komm, geh weg. Naja, geh weg. Ich will ein dicker Hamster. Ich will dicker Hamster. Dicker Hamster. Okay, in dem Level war auch nichts. Das ist jetzt doof. Oder auch nichts. Ich bin durch. Und hoch. Na, das war glaube ich nicht so gut. Ach, schade. Also immer noch Level 3. Da, 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 da. Und dann auch mal hier rein. Yeah. Unser Stromhörnchen. Ne, 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 ne. Oh, geil. Was, was für eine Range unter Wasser. Hm. Oh. Äh, cool. Der hat mich nicht erwischt. Gut, dann versuche ich's mal so gut wie möglich zu behalten. Oder auch nicht. Aber egal, hier ist eh wieder Neues. Ähm, links. Denn da ist ne Maxi-Tomate. Jetzt gehen wir nach rechts. Denn da ist... ...mein Tod. So, nehmt mal das hin. Geil. Er wirft mit Kirby. Yeah, ich kann mit Kirby werfen. Das ist mein Kirby-Rung. Kein Boomerang, sondern Kirby-Rung. Ha, ha, ha. Das ist mein Kirby-Rung. Was? Nein. Das ist weg. Nächst. Gut, dann nehmen wir halt hier Kirby-Jonglieren. Ah, die nehme ich mit. Da, 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 da. Kann man ja mal gebrauchen. Ich weiß, da oben könnte noch was sein. Aber ich wollte jetzt nicht da hochgehen. Ähm. Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Ah, genau das will ich wieder haben. Ja, toll. Genau auf den Gegner. Warum nicht? Ne, das will ich nicht. Das will ich haben, wenn dann. Hm. Okay, Level 3 und Level 5 könnten was sein. Also ich glaube, Strom wäre jetzt beim Boss wirklich ein bisschen angebrachter. Na egal, boom, wir sehen uns mal aus. Ah, ich kämpfe gegen Sonne und Mond. Ah, das war doof. Ich glaube, die waren gar nicht so schwer. Einfach hier, zack. Mond kaputt. Ich muss noch die Sonne besiegen. Ja, was machst du? Oh, es regnet Sterne. Was? Was ist das jetzt? Ey. Padoken. Was soll das für ein Kack so? Ah. Gut. Komm, gib mir was. Gib mir was. Zum Beispiel das. Oh, das war es schon. Yay. Gewonnen. Wey. Und wieder in der Welt abgeschlossen, wo trotzdem der Regenwogentropfen fehlt. Den wir natürlich auch beim nächsten Mal erst wieder machen. So. Also, entweder drei oder fünf. Ich werde mir drei zuerst angucken. Da brauche ich, glaube ich, nur den Fisch. Aber das nächste Mal erst. Wir sehen uns dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.